Und Trommelwirbel und Hi Leute! Ich bin wieder euer GigiPlayer aus Friesenbeck. Wir haben Sizzle Start hier bei ViroBots. Ich hab mir gedacht, ich hab schon sehr viele Rider Videos gemacht. Jetzt mach ich einfach noch ein paar ViroBots Videos von morgen. Und damit so ein bisschen vergleichen. Ich hab so viele ViroBots Videos und heute wollte ich mal, das hab ich gleich vorbereitet. Also Pupsi, ähm, den... Was mach ich hier? Wollte ich den... Ein Death Button nehmen. Also es ist nicht der Russian Death Button. Auch nicht der American Death Button. Also der normale... Nein! Es ist... Ach, wer ist der? Es ist der Death Button mit Dolumbas und Pinatas. Ja. Es ist eigentlich schon sehr viel weg. Letztes halt mach ich immer so was mit Griffins. Und ja. Nee. Diese... Da. Sagen. Und ja. Dann sagen. Let's go. Hinterlichter. Oho. Seht diese bunten Scheiben da? Rechts beim Buch raus? Oder... Oder... Hier... Oder da ganz unten die Lichterketten. Das ist ja witzig. Sollen wir mal mit dem Death Button an? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Meine Meinung nach... Zieht der hier auch schon sehr viel weg. Meiner Meinung nach mehr als der Russian Death Button. Hier ist der American Death Button. Also der normale hier. Vor mir. Wieso rennt der denn weg? Junge, du bist... Du bist doch stärker als der dahin... Das ist... Hä? Wawawarma. Hat der keine Waffen? Ich glaube ich keine Waffen. Ich habe nichts getroffen. Ich glaube der hat gar keine Waffen, oder? Ich spring mal... Nö. Von Leo ohne Waffen. Nee. Gut, ne? Manna! Keine Waffen? Wieso hat er keine Waffen? Ist er... Behindert oder so? Sec. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott. Oh Gott! Achha!! Eeeh! Michezuā! Oh Gott! Wir halten die jetzt hier auf dem Trab, dass... Die... Nur hier sind und irgendwo anders. Fäh... Ich hier... Bababababababa... Guckt mal wie das so wegzieht ey! Ja, den hatte ich sogar noch, wenn ihr alles unten seht. Oh Gott! Ey! Ich bin gleich gesprungen! Ey! Ah! Man möchte auch eine Frage von einem YouTuber beantworten, also einem Freund von mir. Da ist Finn, also FK Gaming YouTube, könnt ihr mal vorbeischauen, der hat eine Frage gestellt, womit ich aufnehme? Ich nehme mit dem normalen Gaming-Screen-Recorder auf, sogar normal, der ist so rötlich im Hintergrund und das ist so eine Kamera und hinter der Kamera ist so ein Gaming-Ding, so eine Spielekonsole, keine Ahnung. Und ja, das wollte ich ihm einfach nochmal sagen. Ne, Finn, wenn du das Video siehst, dann grüße ich dich auch mal herzlich. Und ja, ich, also wenn du das hier siehst, Finn, dann, ich bemerke dir so regelmäßig meine Videoschaust, stimmt das? Wenn das stimmt, dann schreib ich mir bitte in die Kommentare. Oh, ich, 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 ich mach so einen Platten, der da, der da, der da, ja! Aha! Hä, hä, hä! Oh, oh! Oh, oh! Da rechts kommen schon wieder solche dicke Oschis. Und der eine hat ne Zolls! Wow, 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 wow! Toll, ey, wow! Toll, das war sehr schlau von mir. Okay, ja, ja, okay, mhm, he, he. Level 12 Fugin in Gold und ganz hoch gelevelte Punisher. Ich werde gewinnen dieses Battle. ist er dumm ich bin stärker als du das weißt du es ist jede menge mitgemacht sind ja auch auf jeden fall und jetzt ist verrecken er wird verrecken das bringt dir nix ich bin stärker als er ja das wussten wir doch alle haben noch 50.000 leben alter ich mache auf jeden fall die funischer leer findet man richtig geil und richtig schnell wo ist dahin wo ist dahin in der zeit wartet auf mich hallo und wir haben gewonnen ich check jetzt diese dinge noch ab leute und ja dann war es auch schon wieder mit dem video gleich wenn ihr meine videos mögt dann ja like nicht vergessen und wenn ihr meine videos sehr doll mögt dann könnt ihr doch mal ein abo dalassen falls ihr euch gemacht habt und ja während ich das hier mache verabschiede ich mich von euch ich kann sogar glaub ich noch eine kiste oder so was öffnen keine ahnung und ja öffnen wir öffnen zusammen meine kiste komm ich könnte schon fast eine zweite öffnen kann es leckert natürlich ernsthaft jetzt die bauteile ok Okay. Okay. Okay, 8 Gold. Das letzte. Den, 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 den. Ja! Tempest-Bauteile! Yes! Man! Ich schaue mal, wieviele Bauteile ich für die Tempest habe. Guckt mal! Oh mein Gott! Warte mit die Tempest, Leute. Das wird so geil. Das war das Video von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, tschau! Ich bin aus Friesen.